Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Masterbilders in Mimimimiminekraft zusammen mit dem Nils. Hallo, ich bin noch etwas krank, deswegen, weil ich mich etwas verschlupft habe. Ja, ich werde aber das Gröbste für euch auch rausschneiden, dass ihr nicht immer den Nils hier hören müsst. Nein, du bist auch krank. Ja, ich bin auch krank, aber bei mir ist das nicht mehr so stark. Wir haben direkt Winter hier und ich mache jetzt mal etwas, was ich mal vergessen hatte und das war ziemlich kacke. Im Übrigen bedanke ich mich nochmal für ein ganz ganz nettes Feedback für die letzten paar Videos. Fand ich schön, wobei auch natürlich anders geplant ist. Falls sich manche fragen, hey, was macht der Spaste da? Dann kann ich nur sagen, mit dieser Taktik bin ich schon relativ oft zum Sieg gefahren. Also werde ich das mal wieder machen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gerade überlegen. Mach ich nur am besten das hier nochmal weg. Hä? Was ist denn jetzt passiert, Leute? Das ist ja krass. Bei mir ist gerade einfach Teamspeak abgeschmiert. Tatsache. Die Verbindung ist einfach weg. Hä, ist aber... Lol. Okay, unser... Ihr seht das... Hallo? Irgendwie sind gerade alle rausgeflogen. Ja, ich weiß, ihr habt das leider nicht eingeblendet gesehen, weil OBS immer nur Minekraft jetzt gerade aufnimmt. Aber, das war gerade richtig krass einfach. Alle waren auf einmal weg. Naja, jetzt geht's ja wieder. Das erinnert mich auch noch an früher. Früher hatte ich nämlich immer das Problem, dass ich meine Internetverbindung über ein LAN-Kabel bezogen habe. Ja, und das war die schlechteste Internetverbindung, die man sich vorstellen kann. Das mal noch politisch korrekt auszudrücken. Und seht mal, ich habe zwei verdammte Kack... Oh, ich habe zwei Minuten dadurch verloren jetzt. Vielen Dank. Hier geht jetzt ein großes Dankeschön an die Betreiber von MyTS3 raus. Grusisch, grusisch, grusisch können, habt ihr jetzt gerade bewiesen. Mann! Das riecht so auf... Hä? Hä? Riecht so auf. Was denn? Das Wasser ist richtig buggy. Wieso? Das würde einfach nicht weggehen. Ja, ich meine, wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon ganz nette Sachen hier, die nicht so ganz gestimmt haben. Und da ist das jetzt nicht so verwunderlich. Oh Gott, da habe ich keine Zeit mehr! Alla! Ich habe ja sowas von keins halt mehr. Jetzt muss ich gerade hier erstmal eben sehen, dass ich das hier alles... Oh! Holy! Das kann richtig, richtig eng werden hier. Also... Oh Gott! So, hier noch einmal drum. Das sieht eigentlich ziemlich scheiße aus. Ich habe mal Kack. Ich auch. Vor allen Dingen deshalb hier. Deshalb, das muss ich nochmal wegmachen. Eben. Und das hier. Aber, was wir unter Umständen noch schaffen könnten eben, wäre, Regen auf keinen Fall reinmachen. Macht niemals Regen. Vielleicht können wir so noch einmal besser erklären, dass es sich hier bei Raupenketten handeln soll. Und das ist noch einmal eben schnell eine Leiter und eine... Oh Gott! Ich verschreibe mich jetzt hier schon. Ey, was machst du denn? Wie, was mache ich denn? Was brauchst du da? Das wirst du sehen. Ach so. Ja, ja, ich weiß. Oh Gott! Ah! Drei! Oh, Leute! Naja, es ist... Ich habe schon mal bessere Raupenketten gemacht. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Ach, ärgert mich das jetzt. Gut, hier haben wir natürlich mal ein Gebilde, das... Äh... Ja... Ist eigentlich zu einfach. It's okay. Geht noch. Naja. Wollt ihr mal hören, wie laut meine Tastatur ist? Krass laut, oder? Man hört einfach nix. Ich habe nix gehört. Ja, eine Aufnahme hat meine Tastatur in der Pro gehört. Boah, ich habe mal nicht gewotet. Gut, dass ich nicht gewotet habe. Jemand, der wie Lou heißt, den vote ich nicht. Keine Kritik natürlich jetzt. Das ist eigentlich... Das sieht scheiße aus. Mäh. Das ist keine Mühe im Ganzen. Und das sieht auch einfach nicht schön aus. Alles klar, das hängt mal an. Impropriate building. Ja. Ach nee, das soll eine Zipfelmütze sein. Äh, nein, das soll ein Pänis sein. Nein. Doch. Au, 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 okay. Gut, das... Ja. Natürlich. Es tut mir leid, dass ich das nicht erkannt habe. Äh, das ist so dumm einfach nur. Oh je. Naja, es ist nicht so toll geworden. Im Übrigen mal kurz aus dem Kontext, aus aktuellem Anlass, wir haben nichts gegen Homosexualität. Hä, Leute. Das ist ja nicht wahr. Das ist ja echt nicht wahr. Ah, also Entschuldigung. Also, ich... Hä? Oh, okay. Sie, äh... Resetten gerade den Server komplett. Das heißt, wir werden jetzt erstmal kurz bis zum Ende dieser Runde, ohne die Niveau von Kommentar... Kom... Kommentare von jetzt auskommen müssen. Äh, gleich allerdings machen wir mal kurz irgendwie... Was anders. So. Es tut mir jetzt leid, dass das in der Aufnahme passiert. Das kommen wir natürlich nicht wissen. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Da gebe ich ein Amazing für. Es ist eine schöne Landschaft. Okay. Okay, das merke ich mir. Das ist cool, mit so hier... Mit dem Schnee so darzustellen. Das gefällt mir. Das ist gut. Okay. Äh... Eigentlich... Eigentlich mal ist er bleeding. Ich checke jetzt nochmal eben aus, ob das hier mit, äh... Teamspeak unter Umständen behebbar ist, aber... Nein. Error. Nee. Der hat schwerwiegendere Probleme. Ich werde jetzt einmal ganz kurz den Nils über mein... Hier neben dem Computer befindlichen Handy anschreiben. Und mich mal einmal kurz mit ihm absprechen. Das tut mir jetzt leid. Äh, ja. Wir, äh... Oh. Alle. Oh. So. Ähm... Ihr seht's. Ich bin gut gefahren. Ich wechsle jetzt den TS-Server. Bis gleich. So. Wir haben jetzt einfach mal einen kompletten Themenwechsel gemacht. Und spielen jetzt einfach mal eine Runde... Speckwars. 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 Wir spielen Speckwars. Alles klar. Äh, ja. Das kann jetzt mal wieder hier dauern, bis... Ich würde sagen, ich nimmerleins Tag. Das... Oh Gott, ich werde fast runterfallen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Nice. Ich hab Schaden bekommen. Weil ich kurz... Weil ich kurz vorher, äh... Untergesprungen bin. Hey, du hast jetzt ernsthaft weniger Herzen? Ja. Hier, Herzensschaden. Nein. Dieser... Oh, bist du behindert an der Zeit. Das ist ja schon mal ein toller Rundenstart, ne? Ey, jetzt steht, glaub ich, alles. Wisst ihr was? Ich bin jetzt heute mal... 1932 Februar. Ja, gut. Ich bin jetzt heute mal die soziale Pflanze hier. Kommt grad alles. Oh. Ich habe natürlich mal wieder vergessen, meine Steuerung umzustellen. Das ist natürlich nicht gut. Ist auch wirklich perfekt, das während der Aufnahme zu machen. Oh. Ja gut, ich hab Version gewechselt. Das ist jetzt meine Entschuldigung. Ey! Ist das ein Idiot? Warum? So ein kleines, mieses Stück Scheiße. Ich denke, das scheiden, Peter. Entschuldigung, aber... Ich mach das jetzt gerade extra hier und ich muss mal eben ganz kurz... Lecker, lecker, lecker Materialien. Habe ich auch Autosprung aus? Ja, wir wissen ja noch, was beim letzten Mal passiert ist. Ne, ist an. Ja, ich hab's ausgemacht. Ja, ich jetzt auch. So, jetzt müssen wir mal eben bei Rüstung natürlich reinschneiden. Hunde, na, warte ich jetzt nochmal eben ab. Ey, bleib mal stehen, bleib mal stehen hinter dir. Arschloch, ich wollte mir das Eisen schlappen. Das wird hier nicht geduldet, ganz einfach. Im Übrigen hätte ich nicht gedacht, dass, äh, diese kleine Tech-Folge jetzt hier, äh, am, für mich gestrigen Tage so gut bei euch angekommen ist. Das freut mich total. Ich hab gedacht, das wäre langweilig hochziehen. Ey, Junge, haut doch mal ab, ey. Aber, das scheint wirklich euch gefallen zu haben. Finde ich schön. Ich weiß nicht, vielleicht konnte ich auch einigen von euch helfen, obwohl das ja jetzt eher so ein generelles Geschwafel war, aber, ja, freut mich, wenn's gefällt. Äh, ich bin ein Idiot, deshalb spare ich nochmal wirklich auf 300, dass ich mir direkt hier die, das Monster Equip kaufen kann. Äh, in. Nein, ich hab mir zwei Hosen gekauft. Erinner mich an was, das erinnert mich an was von German Let's Play, was ich jetzt letztens mal gesehen habe. Ich wollte mir letztens mal die teuerste Hose kaufen, ne. Warte mal, ich schenke denen jetzt hier die Hose. Ich hab dann aus Versehen vier davon gekauft. Ich hab denen jetzt hier die Hose hingelegt, einfach. Oh Gott! Ich hab überhaupt nicht, will ich, Leute, überhaupt nicht an Nahrung gedacht. So, zwei Hosen müssen reichen. Wird's ein bisschen von mir. Jetzt, 100, nee, bitte bloß nicht, ich will nichts von dir haben, Alter. Immer schön auf die 12 bin ich eigentlich auch. Ich bin auch schon voll Equipot. Oh, nee, Alter, ich hab Inventur erzielt. Das ist ja der Wahnsinn. Ernsthaft jetzt. Ach, ich bin hier der Mini-Kraft-Pro. Ich erziele sofort immer Inventur, weil ich so auf Max-High bin. Du hast gerade etwas übersteuert. Und das hat sich richtig komisch angehört. Ey, ich hab übersteuert, das kann eigentlich gar nicht sein. Hast du aber. Irgendwie als ob du an so Styropor oder so reiben würdest. Ey, du Spacko, du bist so ein Stück Scheiße. Ey, guck mal hinter dir. Ich falle dich schon wieder auf den Trick rein. Boah, boah. Was tun auch? Heul. Scheiße, er hat's gesehen. Ja, jetzt muss ich mir hier neu blöcken. Nee, pass auf. Du hast dazu verantworten. Das heißt, du setzt jetzt auch wieder Blöcke rein, du Wichser. Nö. Ach, Junge. Oh, wir sind das Team des Weißen. Oh, da kommt wieder einer. Fuck, da kommt einer, da kommt einer. Alter. Der ist von uns, der ist von uns. Oh. Gab ich, oder? Ist der von uns? Ja, ist er. Alter. Leute. Das war echt der Schocker schlechthin. Nils sagte ja gerade, ich übersteuere wie so ein Stück Styropor. Ich werde mal in der nächsten Folge ein Stück Styropor mir mit ans Mikrofon holen. Und dann werden wir das mal vergleichen, wie sich Styropor anhängt. Und ich muss mir anhängen. Äh, anhängt. Ja, guten Morgen. Anhört. Und dann muss ich mal ab... Immer noch nicht. Und dann muss ich mal abchecken. Ja, okay. Äh, weil ich höre das ja jetzt selber gerade nicht, wie das dann in der... Äh, wie heißt das Ding nochmal? Ach, richtig. Im Schnitt sich anhört. Leute, Leute, Leute. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an hier. Das ist ja echt der Wahnsinn. So, warte mal. Das hier können wir eigentlich... Weil, dann kannst du mit... Ja gut, ich weiß nicht. Abwehren kannst du hier jetzt gerade offensichtlich nicht mit dem Dings. Aber... Ist das... Ne. Ich dachte gerade, wir sind The Flash in der Runde. Aber gut, nein. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Oh, ich wollte ihn nicht... Oh, guck mal. Jetzt ist er beleidigt. Wenn das kein 30-jähriger R ist. Das ist er beleidigt. Das wäre es nichts, wenn ich... Mit mir jetzt... Nein! Wir passen jetzt erstmal hier ein bisschen schön auf. Oh, geil. Gerade, äh, ich habe eigentlich sogar Optifine... Lol, guckt euch das hier mal an. Das sieht ja richtig krass aus. Ich weiß nicht, ob das gerade mit der OBS-Grafik so gut aussieht. Aber... Jetzt überhaupt nicht. Aber... So, jetzt hier gerade. Richtig nice da hinten. Jedenfalls, ich weiß nicht, warum... Ähm... Es ist offensichtlich... Ich kann euch das hier mal einmal zeigen bei mir. Kein... Ähm... Wie nennt man es jetzt? Kein... Äh... Ich weiß nicht, wie es heißt. Optifine, so heißt das Produkt drinnen. Warum, weiß ich wie gesagt nicht. Aber es ist einfach nicht da. Obwohl diese Version eigentlich Optifine heißt. Und ich sie mir auf Optifine installiert habe. Aber gut. Ja, guckt doch mal, was wir uns jetzt holen können. Und jetzt, Leute, pass mal auf. Alter, was bin ich gut heute, ne? So. Halt da mal. Oh, wir haben eine Enderpearl. Das finde ich jetzt einfach gut. Eine Enderpearl. Eine Enderpearl. Eine Enderpearl. Eine Enderpearl. Eine Enderpearl. Eine Enderpearl. Pool, Pool. P-P-U-L. So, Pool. Eine Enderpearl. Eine Enderpearl. Ich gucke mal einmal ganz kurz nach, wie weit die... Wie lang die Rohderteile denn schon ist. Wir sind bei... Oha. 43 Minuten bereits, Leute. Ich bin gespannt, jetzt gerade im Schnitt zu sehen, wie kurz die Aufnahme jetzt eigentlich ist. Meine Schätzung ist so... circa sieben oder acht Minuten um den Dreh. Ich habe bei der Weihnachtsfolge damals ziemlich gut gelegen. Ich habe, ohne es zu merken, exakt sieben Minuten geschnitten, als ich es gesagt hatte. Fand ich schon krass, ey. Ich blende euch jetzt hier mal ein Screenshot aus dem Schnitt ein, um euch das mal zu zeigen. Und ich weiß nicht, wie weit ich davon jetzt entfernt bin, aber... Also ich gebe mir jetzt auch Mühe, das halt nicht so zu meiner Prognose hinzuschneiden. Das ist ungefähr passt. Das soll jetzt einfach mal zufällig passieren. Sorry, dass ich so viel Scheiße rede, aber hier passiert einfach nichts. Du bist halt scheiße. Ja. Oh, da kommt einer, da kommt einer. Echt? Da kommt einer, ja. Warte, ich kaufe mir eben ganz kurz Pfeile. Jetzt läuft er wieder weg, ne? Ich bin halt, die Römer. Ja, da ist einer. Oh, Leute. Pass auf, da ist einer. Der hat einen Bogen. Okay, warte, dann. Gehen wir mal hier rein und halten uns hier mal auf. Pass auf, nicht da rausgehen. Nicht da rausgehen. Okay, so. Jetzt bräuchte ich meinen Bogen, ey. Alter. Ja, ich habe Bogen, aber der schießt wirklich sofort. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ich kriege ja gerade nur Pfeile, das ist alles. Wir müssen da oben, da oben müssen wir irgendwo weit freimachen. Mach ihr zu, mach ihr zu, mach ihr zu. Der ist weg. Nein, mach unter. Toll. Er springt einfach runter. Ja, dann noch einen Block. Habe ich doch, alles gut. Inkompetente Schwein. Halt deinen Mull. Oh, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Shit. Shit. Der hat einen Bogen. Oder? Wow, wow. Oh, da steht einer. Deshalb bin ich auch zurück. Fuck. Kann er ja nicht sehen. Wow. Nein, er hat sich... Was für ein Hurensohn, ey. Fuck, 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 fuck. Oh, nein. Hä? Was hat er denn alles drin, bitteschön? Nein. Doch. Nein, das kann doch nicht sein. Doch. Oh, nein. Ja, okay. Die einzige wirkliche Gefahr für uns ist wirklich auch nur noch Team Rot. Und von dem, will ich von dem jetzt gerade, haben wir uns wirklich wrecken lassen? Nein. Jetzt hat sie auch noch. Och, komm. Ja, willst du jetzt haben? Nee, will sie nicht. Okay. Mir ist... Hä? Nein. Und die Runde hat so gut angefangen. Oh. Ja, gut, Leute, wisst ihr... Lebst du noch? Nein, nein. Nein, ich bin tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich geh jetzt... Alter. Ja, okay. Ach, da ist der. Och, nein. Ey, was hält der mich auf Abstand? Kann doch nicht sein, ey. Wow. Alter, der hat mich so auf Abstand gehalten. Bist du tot? Ja. Och, nein. Und der drin steht noch meine Kiste mit meinen Sachen drin. Ach, so ein Scheiß. Leute, diese Runde hat so gut angefangen. Wie dem auch sei, ich würde einfach mal sagen, ganz elegant beende ich an dieser Stelle den Part. Wenn es euch gefallen hat, gebt natürlich eine positive Bewertung. Äh, lasst mir ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Den Nils habe ich natürlich auch wie immer in der Videobeschreibung verlinkt für die Handynutzer und in der Endcard für die lieben Computernutzer, damit es ein bisschen komfortabler ist. Ja, und ansonsten würde ich sagen, dass ich euch noch... Ich bin mittig gelandet, das ist cool. Dass ich euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag oder wann auch immer wünsche. Und... Probier ebenfalls. Genau. Und jetzt sind wir ohnehin gekickt worden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt gesund. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020